Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freut mich wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Heute thematisieren wir zum Beispiel die Portfoliobewertung, wie man mir am besten das zusendet, ob ich sowas überhaupt noch mache. Und gehen auch generell auf die Themen in dieser Woche ein, die wir gemacht haben, denn da gab es auch einige Rückfragen. Da haben wir auch vieles thematisiert, AI, Cointracking, aber auch bezüglich Einkaufen. Also wir haben hier einen bunten Mix und deswegen würde ich sagen, wenn dir das gefällt, lass mir gerne ein Like da. Und dann würde ich auch schon sagen, wir starten mal direkt in die erste Frage rein. Und deswegen thematisieren wir auch gleich mal die erste Frage und zwar, danke für deine ausführlichen und verständlichen Videos. Analysierst du eigentlich auch noch Portfolios oder tust du das überhaupt? Und da muss ich sagen, ja, das tue ich und da haben wir auch gestern beispielsweise ein Portfolio hochgeladen. Ein sehr, sehr interessantes, wie ich finde, kannst du dir auch gerne nochmal hier oben anschauen. Das war das 100-Quant-QNT-Portfolio, insgesamt 35.000 Dollar drin. Ein 23-Jähriger, sehr, sehr, sehr cooles Portfolio, wie ich fand, ja. Da gab es dann natürlich auch Kommentare, ein Krypto-Portfolio ohne Bitcoin ist wie Winter ohne Schnee, was ich auch so unterschreiben kann. Aber man kann natürlich auch sagen, man überlebt einen Winter auch ohne Schnee. Also sehr interessant, kannst du dir gerne anschauen und bezüglich, wie sendest du mir das am besten zu? Da verlinke ich dir auch gerne nochmal das allererste Video, da habe ich das Ganze erklärt und zwar ganz kurz im Schnelldurchlauf. Hier oben findest du das Video ansonsten auch nochmal, kannst du dir gerne am Ende auch nochmal anschauen. Und zwar gerne ein paar Informationen zu der Person, also zu dir, was deine Ziele sind, wie viel du circa investierst, wie viel du noch investieren kannst und dann eben noch deine Portfolio-Bestände, sodass ich das eben ordentlich analysieren kann und dann ordentlich auch meine Meinung dazu darbieten kann. Und diese Portfolio-Bewertungsvideos, die mache ich immer wöchentlich, das plane ich immer so ein, ein Portfolio pro Woche, ein FAQ pro Woche und der Rest regelt sich dann natürlich. Deswegen würde ich sagen, wir kommen schon zur nächsten Frage und zwar zu Thema AI. Da gab es auch viele Rückmeldungen in Bezug auf TAO, also Bitensor, eine Kryptowährung, die bis jetzt noch gefühlt gar keiner vorgestellt hat. Ja, eine Kryptowährung stark unter dem Radar, die man nicht mal auf Börsen kaufen kann, trotzdem eine Market Cap hat von roundabout 140 Millionen US-Dollar, was schon recht hoch ist und da ist dann natürlich die Frage, wie kauft man in TAO aktuell? Kann man das nur mit Bitcoin kaufen? Over the counter heißt das, also OTC, ist natürlich etwas schwieriger, sowas dann einfach zu kaufen. Und deswegen dachte ich mir, für diejenigen, die es interessiert, denn da gab es eben auch einige, die das wissen wollten, hey, zeig mir gerne, wie man diese Kryptowährung kauft oder wäre schön, wenn du Step by Step zeigen könntest, wie man TAO kauft. Und deswegen habe ich mir gedacht, Anfang nächster Woche, beziehungsweise Mitte nächster Woche, ungefähr in dem Dreh, werde ich das Video dann hochladen, was es für Möglichkeiten gibt, wie man diese Kryptowährung kauft, wie man seine Buy-Orders beispielsweise stellt und was man eben alles braucht. Das macht man am besten mit der Polkadot-Extension, aber wie gesagt, das Detaillierte kommt dann natürlich auch Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche. Also wenn dich das interessiert oder wenn du dich fragst, was ist TAO überhaupt, ja, gerne hier oben auch abchecken und ein Abo dalassen, falls du noch nicht getan hast und sowas nicht verpassen möchtest. Denn TAO ist tatsächlich auch eine Kryptowährung, die für mich recht interessant ist. Und ich denke mal, wir müssen unsere Watchlist updaten, weil im Kryptomarkt wirklich viel passiert ist, ja. Viele Kryptowährungen sind nach oben gestiegen, der Bitcoin geht wieder weiter nach oben, es ist unglaublich, ja. Und irgendwo möchte man ja noch rein investieren, deswegen meiner Meinung nach auch TAO eine interessante Option. Und passend zum Thema AI, da wurde ich auch gefragt, welcher Use Case haben denn Krypto-AI-Projekte, ja. Ja, also Punkt Nummer 1 kannst du dir gerne hier oben anschauen, ja. Ich habe ja zwei Videos zu AI gemacht. Nummer 1 hier auch beispielsweise BitTensor und Nummer 2 haben wir eben ergründet, was die Vorteile, was die Schwächen, aber eben auch was die Probleme sind, ja. Aber was sehe ich als Use Case für Krypto-AI-Projekte? Also generell Thema AI sehe ich in der nächsten Zeit sehr, sehr, sehr weit nach vorne schreiten und immer relevanter werden. Wir sehen beispielsweise, was Chat-GPT allein hinbekommen hat, ja. Auch beispielsweise diese Grafik-AIs, das ist ja unglaublich, wenn du ein AI zum Beispiel sagst, hey, design mir bitte das und das. Oder wie würde die Welt aussehen in dem und dem Zeitalter, keine Ahnung. Und das designt dir das innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Sekunden, unglaublich, unglaublich spannend. Und ich sehe generelle Use Cases, nicht nur direkt für Krypto, in verschiedenen Marktplätzen. Es erleichtert extrem die Arbeit von vielen und ich denke mal auch in den nächsten 10 Jahren wird AI wirklich sehr, sehr viel verändern. Beispielsweise kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass AI es einfach und gezielt Videos schneiden können, ja. Also einfach diese menschliche Arbeit für einen erledigen und extrem, extrem viel aushelfen. Deswegen habe ich auch dieses Bild reingenommen, das ist für mich so die helfende Hand, dass AI extrem viele Sachen vereinfacht und effizienter gestaltet, ja. Und so sehe ich natürlich dann auch den Use Case für Krypto-Projekte. Und da das massive Anwendungen meiner Meinung nach haben wird, sehe ich eben auch massives Potenzial für AI-Kryptos. Deswegen haben wir auch beispielsweise BitTensor extra thematisiert. Und deswegen habe ich mich auch extra aus so vielen verschiedenen Quellen darüber informiert, weil ich das so spannend finde. Das Einzige, was AI aufhalten kann oder einer der einzigen Sachen sind Regulierungen, ja. Also da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein kleines Stoppschild geben wird. Aber ansonsten sehe ich hier massives Potenzial und ich denke mal, diese Frage sollte somit auch beantwortet sein. Und dann möchte ich auch mal darauf eingehen, auf die Kommentare, wo ich meinte, okay, wann ergibt das denn Sinn? Ja, wann ergibt das Sinn, seine Gewinne zu realisieren? Und da kann man zum Beispiel auch Kommentare wie, lol, 5000 Dollar Bitcoin-Anstieg und jetzt schon seine Gewinne realisieren. Als Trader, okay, aber als Hodler. Und da muss man natürlich immer erstmal abwägen, okay, Trader, Hodler. Meiner Meinung nach kann man auch als Hodler seine Gewinne realisieren, wenn man extrem starke Prozent mitgenommen hat, ja. Und das hat eben folgenden Grund. Denn wir realisieren ja nicht die Gewinne im Bitcoin, denn ich finde, der Bitcoin ist immer noch in einer guten Kaufzone und beim Bitcoin würde ich die Gewinne auch nicht realisieren. Auch wenn wir recht stark angestiegen sind, ich glaube so um die 45 Prozent innerhalb von 30 Tagen, was schön ist und das ist unglaublich krass. Und wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das jemandem sagt, der Aktien handelt oder sonst was, der fällt dann ja glatt vom Stuhl. Aber der Bitcoin gibt die Richtung an und manche Altcoins überbrücken diese Schwelle, ja. Manche Altcoins pumpen deutlich stärker durch LCX beispielsweise und ich sehe überhaupt kein Problem damit. Wenn man LCX so beispielsweise 3 Cent gekauft hat, einen Glücksgriff gemacht hat, kann man fast schon sagen, ja. Eine ordentliche Summe dazu investiert hat und dann ein 5X macht, sehe ich da überhaupt kein Problem, da auch Gewinne zu realisieren. Da muss man natürlich aber auch immer selber entscheiden, okay, wie langfristig denkt man, möchte man diese Gewinne beispielsweise reinvestieren, wie viel Steuern bezahlt man und so weiter. Diese ganzen Faktoren, die kann ich für dich natürlich hier nicht entscheiden und diese Arbeit kann ich dir auch nicht abnehmen. Aber ich finde persönlich, der Kryptomarkt ist so hochvolatil und dieser Pump fühlt sich etwas unreal an, muss ich sagen, ja. Der kam jetzt auf einmal aus dem Nichts, hält sich aber extrem stark. Viele sprechen auch von Manipulationen, das werden wir auch erst in ein, zwei, drei Monaten sehen und wissen. Aber ja, wo sind die ganzen Leute hin, die mir auf einmal immer gesagt haben, oh, die makroökonomische Lage sieht so unglaublich schlecht aus und hier wird auf gar keinen Fall irgendwas passieren. Ja, und sobald der Kryptomarkt dann nach oben geht, dann sagen die Leute, warum sollte man jetzt Gewinne realisieren, jetzt geht es nach oben. Also einfach eine klare Struktur folgen und meiner Meinung nach, wenn man Chancen nehmen kann, ja, und eine Krypto 5x da Gewinne realisieren kann und dann in eine Kryptowährung investieren kann, ja, die noch recht günstig ist, sehe ich das überhaupt nicht als verwerflich an. Beispielsweise auch die Gewinne sofort in den Bitcoin reinvestieren ist auch möglich, ja, und gar keine schlechte Idee. Aber wie gesagt, das ist eher ein Denkanstoß, ja, ein Anreiz für dich etwas nachzudenken und zu überlegen, okay, ergibt das Sinn oder ergibt das keinen Sinn? Und ansonsten habe ich, denke ich mal, alles auch im Video erklärt. Und ich habe sehr, sehr, sehr positive Neuigkeiten zu verkünden und zwar bezüglich Cointracking, ja. Das erste Quartal ist meistens immer so, dass man den ganzen Spaß immer abgehakt haben möchte. Man hat auch noch die Motivation, das kenne ich auch von mir selber, man will einfach durchziehen, besonders auch im ersten Quartal. Und viele haben aber nicht so viel Ahnung zu Cointracking, okay, deswegen meinten die auch, kannst du bitte ein Video über Cointracking machen? Und wie gesagt, da hatte ich ja auch ein Video und ich kann hier mit positiven Neuigkeiten verkünden, ich werde auch ein FAQ dazu aufnehmen, ja. Und zwar direkt nach dem Video, das Ding ist schon fertiggestellt. Mich haben acht Fragen bezüglich zu Cointracking erreicht, das wird circa gegen Dienstag online kommen. Ich habe auch nochmal die Fragen an den Werken gestellt, damit ich da auch extra nochmal die hundertprozentige Sicherheit habe, ja. Dass wir auch nochmal eine zweite Meinung eingeholt haben und genau deswegen unglaublich, unglaublich spannend für diejenigen, die das noch nicht fertig gemacht haben. Cointracking, wie gesagt, steuern, steuertechnisch extrem, extrem wichtig. Meine erste Wahl. Falls du das nicht verpassen möchtest, wie gesagt, doch gerne ein Abo da lassen. Lohnt sich, denn wenn man das einmal durch hat, dann ist eigentlich alles sehr, sehr entspannt. Und man braucht keine Angst haben vor dem Finanzamt oder vor sonst was, denn Steuern betreffen jeden, außer vielleicht die Leute, die in Dubai leben, ja. Aber die meisten, die das hier schauen, die müssen sich damit beschäftigen und da kommt man eben doch nicht drum rum. Ansonsten fand ich wieder eine spannende Folge, besonders weil wir hier die Woche nochmal etwas revisiten, also aufgreifen. Weil wir eben doch viele verschiedene Themen thematisiert haben, ja, AI, Steuern und so weiter. Und ich hoffe natürlich, dass du auch einen Mehrwert daraus sehen konntest. Ich verlinke dir jetzt hier noch die Playlist zu den anderen FAQs, beziehungsweise das letzte FAQ. Wenn du das anschauen möchtest, kannst du es natürlich gerne machen. Und ansonsten bezüglich Cointracking, wenn du da noch nicht angefangen hast, aber anfangen möchtest, beziehungsweise weißt, dass du anfangen möchtest, verlinke ich dir auch gerne hier oben das Video. Und am Dienstag dann sofort das FAQ, denn ich habe nämlich auch mein Problem lösen können, ja. Das habe ich extra auch nochmal nachgefragt und deswegen sollte auch der Steuerreport überhaupt kein Problem sein. Ansonsten würde ich sagen, freut mich, dass du bis hierhin rangeblieben bist und wir sehen uns auch im nächsten Video. Peace out!